Wer auf Besseres wartet, hat bereits verloren. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. So ist es tatsächlich. Wer auf Besseres wartet, der hat bereits verloren. Denn das, was ist, ist das meiste, was du haben kannst. Denn es ist nun mal dein jetziger Zustand. Und das Einzige, was du entscheiden kannst, möchtest du es jetzt so weiterleben? Möchtest du es wandeln, dann ändere es? Oder willst du aus dem, was ist, das Beste machen? Ich mag es sehr gerne, aus dem, was ist, das Beste zu zaubern.